Hallo Mitspieler, mein Name ist der LowRide und ich begrüße euch zur 60. Episode dieses Grand Theft Auto 5 Let's Plays. Wir haben uns in der letzten Episode mit Trevor auf dem Hafen rumgetrieben und dort wohl ein nächstes größtes Projekt aus Baldovert. Mit ein bisschen Informationsmaterial in der Tasche kommen wir jetzt zurück in unser temporäres Zuhause. Und hier sieht's aus, als wir hier in Anführungsstrichen eingezogen sind, war das ein picobello aufgeräumte Ding hier. Jetzt ist die halbe Bude im Arsch, der liegt in Schutter und Asche. Da steht doch immer ein fetter Dildo. Oh Trevor, 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 Trevor. Naja. What in the name of all things holy? I tried to stop it, but it just kept coming and coming. There, there, Wade. Look, 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 you're just not cut out for honest work, are you? Und noch schön hangen. You get what you needed? Yeah, 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 yeah. More or less. Yeah, I just got to, uh, figure out a place to plan this now. All right, this'll do, huh? That woman ain't even fine. Ain't no one understands why Floyd lets her use him so. Oh, that's, uh, low self-esteem, Wade. We got to build them back up. Now. And there, perfect. All right, so, based on my observations, I'd say these Merriweather security cocksnots are sitting on something real valuable. I think they got two of these things, but we only need one. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship. So, it's likely they're keeping it on ice. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here. Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out for him with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means stealing us a submarine, of course, but you can find us one of them, can't you? Huh? Now, the other one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here and find out what it is. Here? Chicago? Jean-Lucco? proc, what do you think? Containers ship or whatever is offshore? Mmmhhmmmевh! I thought we're trying to do the U-Boot method to do what? Offshore. Deepsea adventure. Gotta be. Yeah we'll decide it. Du und Floyd können helfen, und wir bringen Michael und seinen Unternehmern nicht verabschieden. Okay, all right. Was ist das Geräusch? Oh, wir gehen direkt zum Regierungschein. Wade hier wurde verabschiedet in der Leistung seiner Arbeit. Der Hübsche hat sich in seine Hübsche. Und ich bin sorry zu sagen, aber ich glaube, er wird niemals normal sein. Du kannst nicht nach der Geräusche gehen. Du bist der Geräusche, all right? Und du hast uns verabschiedet, all right? Du schaust ihn, man! Geräusche ihn! Du schaust ihn! Trevor, Trevor, du hast eine Verabschiedung auf meinem Platz zu arbeiten. Du verabschiedest, Herr Raspberry Jam, und Gott allein weiß was anderes. Du verabschiedest, Deborah! Schau, meine Frau und meine Union, das ist alles, also ich habe. Also, warum nicht wir, warum nicht wir, warum nicht wir das alles schlafen? Wenn du mit dem, was passiert mit deinem Freund, dann geht es. Wieso will er nicht baden? Wieso will er nicht baden? Schaffensbestanden. Missionszeit nicht geschafft, eingestellt hat man perfekt, aber überhaupt eine ehrliche Arbeit. Ja. 88. Sind wir dabei. Boah. Na, Deborah wird sich freuen, wenn sie nach Hause kommt. Ah, Trevor. Oh, und wie fliegt? Du musst ein paar Klassen in der Flugschule nehmen. Warum muss ich das tun? Trust me, you'll regret it if you don't. Gonna be just like old times, pal. Hm. Jetzt muss ich als Michael in die Flugschule, muss ich genau dasselbe nochmal machen, was ich mit Franklin schon gemacht habe und ich scheitert bin am Ende. Eieieieiei. Keiner muss mit Grausen an diesen Tiefflug. Gut, schau'n wir mal. Na, Trevor hat noch zwei Jobs hier zu erledigen. Gucken wir mal, ob die Map, was das sein könnte. Ja, die Totenköpfe, das sind alles erledigte Randale-Geschichten. Das ist nix. Also, ich seh' nur Randale und hier oben die Schichten. Ja, kein Plan, oder? Das braucht halt wieder ein paar Sekunden, bis die sich hier wieder einblenden. Das hat man ja auch schon öfter mal gehabt. Na ja, dann tun wir so, wie uns befohlen wurde, holen uns mal den Michael. Je eher heran, desto eher von ab. Ach, bitte kein Yoga. So. 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 So, die Klamotten, kompletten Jeans. Fällt mir nicht. Die 30 Sekunden nehme ich mir jetzt. Schwupp. Schwupp. Wart. So. Jimmy hat unser Auto. So, ne Mann. Also, brauchen wir zurück ein Anboot. Na ja, zur Flugschule müssen wir wahrscheinlich keine große Flucht antreten. Nehmen wir den. Scheint mal eine Schlüssel dazu zu haben. So. Oh. So. Oh. Hallo. Guten Tag. Lenkradkontrolle. Oh. 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 So erstmal kurz weg, dann holen wir uns mal die Flugschule. Da haben wir noch Side-Action, ah zu spät. Komm, wenn der Wagen auf dem Dach liegt, dann kann man den ganz einfach wieder umdrehen. Ich weiß auch nicht so richtig, ob ich das gut finde. Na klar, ist das hilfreich, man braucht nicht aussteigen, sich nicht eine neue Karte suchen. Aber so richtig realistisch ist das nicht. Ich meine, hier gibt es viele Sachen, die super unrealistisch sind, aber haben wir uns mal nicht vor. Das hätte nicht sein müssen. Auto auf dem Dach, fertig, Pech gehabt. Damit hätte sich wahrscheinlich jeder abgefunden. so wir runter die flugschule ist hier unten, da müssen wir eben mal um Pudding fahren sozusagen frisch gestohlen das Auto da wären wir fliegen das hatten wir schon mal mit dem Ansonsten wir werden starten mit einem basic takeoff hold the throttle all the way down to pick up speed and pull back on the stick to take off you can retract your landing gear once you're a safe distance above the ground congratulations pilot you are now airborne now navigate through those checkpoints marked on your radar and we can move on to the next lesson that was a good start, well done geschafft irgendwie so die frage ist natürlich wie viele von diesen jobs muss ich hier machen mhm damit Trevor zufrieden ist mhm so noch zum ende der runway kommen so dann noch ein stücke links und dann wartet man schuldig sich das Und die Nummer wieder. Aber Leute, wenn es im Hintergrund ein kleines bisschen rumpelt, dann tut mir das leid. Deine Nachbarn sind in Schenker nach Hause zurückgekommen. Und die sind ein kleines bisschen lebhafter. Zum größten Teil richtig mich auch schon danach, wenn ich am Aufzeichner bin. Ich versuche echt nur aufzuzeichnen, wenn ich zu Hause bin, weil das nervig ist. Also, in der Zeit, performe eine Barrel Roll, indem du den Flugzeug zu der Seite oder der Seite zu ziehen. Okay, performe eine Barrel Roll. Stones of Steel! Ich mag es. Jetzt versuchen wir ein paar davon in einem Rund. Level aus dein Flugzeug und bereit sind. Ich will euch mal drei Barrel Rolls in einem Rund auf meinem Signal machen. Watcht ihr altitude auf dieser Seite. Okay, perform 3 Barrel Rolls in a row. Very nice! Are you getting dizzy in there yet? Go ahead and level out the plane again. Now, let's see how you do upside down. On my word, roll over the plane and hold it steady. Okay, roll the plane upside down. Hold the plane upside down for several seconds. Okay, roll the plane upside down. Great work out there today. I'll teach you some more moves next time. Mhm. Da freut sich Papi schon drauf. Sooo, der Messerflug. 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 This lesson will help you build your stick and rudder skills. You have to keep your plane steady while rolled over on either side. Perfecting this trick will really come in handy in the later lessons. Take off and head for the checkpoint marked at the runway. Then, I'll talk you through it. A knife is one of the harder moves. You'll have to keep your wings steady and use your rudders to maintain altitude. Ja, so lange man das im freien Luftraum halt machen kann, das tut ja alles relativ... Okay, aber wenn man... ...unfällt die Crackpoints da fliegen muss... ...da bin ich dann durch. So, was los? Was los? Hier, hier. Perfect. Now hold that position. Don't forget to use your rudders to maintain altitude. Level out the plane. Good. Let's see if you can do the same thing on the other side. On my mark, roll your plane over to the opposite side and hold the position. Okay. Perform a knife edge on the other side. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ein Lacher für euch, dann hat sich das erledigt. So, den Checkpoint und den nächsten Checkpoint und dann kommt die Todesprobe. Und ich hab ja noch nicht mal alles von dem Parcours gesehen hier. Das ist jetzt nicht. Ey, ey, ne Leute, das ist nicht meins, das ist scheiße. Gut, Leute, die Aachen, oh come on, ich will es nicht nochmal machen. Äh, fache Traste, Traste nun aufhören. Watch your altitude, though. This is really a test of how low you can go and how well you can maneuver the plane. See, wie die Maschine schaukelt? Das ist der Wind, das ist nicht mir eine schlechte Steuerung. Oh, Lob ist wichtig, Leute, Lob ist wichtig. Äh. Oh, ich war noch nie weiter heute, ich war noch nie weiter. Oh, da schau ich nicht, da schau ich nicht. Ah, untertrag heute. Fuck you. Ach. Also, es gibt immer einen gewissen Punkt, wo die Maschine für mich unmanövrierbar wird. Wo ich das einfach nicht hinkriege. So, und jetzt Escape. Nicht fucking nochmal versuchen. Ah, macht mich schon aggressiv. Ja. Soviel zu meinen Tieflugkünsten, Leute. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Besonders am Ende, wo ich abgeschmiert bin. Wahrscheinlich. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ihr könnt mir einen Daumen hoch da lassen. Und ihr könnt den Kommentarbereich benutzen, in dem ihr sicherlich so eine Dinge schreiben wollt, wie von wegen, ey, du kannst ja noch nicht mal fliegen. Was bist denn du für einer? Ja. Aber so ist es nun mal. Das werde ich hinnehmen wie ein Mann. Ich bedanke mich, wie ihr sagt, und wünsche euch einen wunderschönen Tag.